Nachdenkseiten Die kritische Website Ich habe meine Seele verkauft Ein Protestsong erobert die Welt Von Tobias Riegel Ein umstrittener Protestsong spaltet die USA, melden Medien. Für die einen ist das aktuelle Musikphänomen, um den US-Country-Sänger Oliver Anthony Teil eines rechten Kulturkampfes Für die anderen ist sein Lied der bewegende Ausdruck von Nöten des kleinen Mannes. Fest steht, das Lied hat Seele und erreicht auf der Gefühlsebene zurecht zahlreiche Menschen. Schaut man sich aber den Text genauer an, so stellt sich schon die Frage Ist das überhaupt ein Protestsong? Schon die erste Zeile geht direkt ins Herz. I've been selling my soul working all day. Die Worte, die Stimme, das einfache Gitarrenspiel, der Bart, die Erscheinung, die ganze Haltung fügen sich zusammen. Dieser Hinterwäldler hat Soul. Um den bisher kaum bekannten US-Country-Sänger Oliver Anthony und seinen Song The Richmond, North of Richmond ist aktuell ein Phänomen zu beobachten. Denn das Lied, das kritisch auf das nördlich von Richmond gelegene Washington anspielt, steht plötzlich an der Spitze der US-Charts. Doch nicht nur in den USA berührt der Song offensichtlich zahlreiche Menschen. Langsam aber sicher entwickelt er sich zum Welthit. So führt das Lied die internationalen Global Charts beim Streamingdienst Apple Music an, wie Medien berichten. Und bei YouTube hat der nur mit Resonator-Gitarre begleitete und teils leidenschaftlich herausgeschriene Folk-Song momentan stand Mittwoch 12 Uhr 34 Millionen Klicks, Tendenz rapide steigend. Innerhalb des Artikels verlinkt ist das Lied. Umstrittener Protest-Song spaltet die USA Aber der Erfolg von Anthony hat auch eine andere Seite. Um den Song ist in den USA eine große Debatte entstanden, auch dadurch, dass sich prominente Republikaner positiv dazu geäußert hatten. NTV vermeldet, umstrittener Protest-Song spaltet die USA. Die Süddeutsche Zeitung kommt zu dem Schluss, der Erfolg basiere auch auf Zuspruch von Ultrarechten und fährt fort. Der Kulturkampf 2023 hat also einen Soundtrack, aktuell zu finden auf Platz 1 der US-Billboard-Single-Charts. Und die Wahrheit, genauer gesagt das, was ein Teil der amerikanischen Bevölkerung gerade dafür hält, hat einen neuen Posterboy. Oliver Anthony. Bürgerlich Christopher Anthony Lansdorf. Laut amerikanischen Medien, die sich auf einen sehr langen Post des Sängers beziehen, ein Highschool-Abbrecher, der sich während der Arbeit in einer Papierfabrik den Schädel gebrochen haben soll, sechs Monate arbeitslos war, depressiv und schwerer Trinker. Angeblich hat er acht Millionen Dollar von einer Plattenfirma abgelehnt. Und der ORF titelt bei dem Thema Umstrittener Song an der Spitze der US-Charts. In dem Artikel wird aber auch auf den zutreffenden Aspekt hingewiesen, dass es weniger der konkrete Inhalt ist, der viele Menschen bei dem Song fasziniert, als eine Atmosphäre und eine Haltung. Zitat Zitat Ich möchte hinzufügen, dass auch die Skandalisierung von hohen Steuern, die Anthony ebenfalls betreibt, oft keine soziale Stoßrichtung hat. An dem Song und der Debatte wird darum ein Dilemma der US-Politik deutlich. Einerseits ist die Kritik von republikanischer und rechter Seite an Auswüchsen der Politik der US-Demokraten zum Teil richtig und begrüßenswert. Andererseits sind aber zahlreiche Ansätze von republikanischer Seite, etwa bei der Frage der Besteuerung und der Sozialhilfe, ebenfalls abzulehnen. Und sie werden auch nicht dadurch gut, dass sie sich gegen die aktuelle Biden-Regierung richten. Es ist also eine etwas verwirrende Mischung. Die junge Welt schreibt zu Anthony einerseits, im Knittershirt mit rotem Bart und ohne Plattenvertrag steht er mitten im Wald, ackert er auf einer Resonator-Gitarre und singt mit kratziger Inbrunst in der proletarischen Tradition eines Woody Guthrie oder Jim Groucher. Andererseits wird auch die Zeitung nicht ganz schlau daraus, Zitat Ob Redneck oder Revolutionär, das ist nicht so ganz klar. Die DPA tickerte allerdings schon, dass der Klassenkampf an der Spitze der Charts zurück sei. Zitat Ende Ich denke, es geht beides. Auch wenn Anthony Merkmale eines Redneck, also eines konservativen Hinterwelters, aufweist, so hat der Song trotzdem eine große Kraft, die jenseits des Textes durch eine Atmosphäre der Echtheit mobilisierend und dadurch auch indirekt sozial wirken kann. Auch wenn ich das nicht gleich als Revolutionär bezeichnen möchte. Andererseits kann man nicht wegwischen, wenn die Süddeutsche Zeitung schreibt, der erfolgreiche Protestsong 2023 besingt also weiterhin nicht soziale Ungerechtigkeit. Zitat Er bekämpft maßlose Umverteilung und Sozialpolitik. Er prangert die Obies-Milking-Welfare an, die den fetten Arbeitslosen ihre Kekse-Fudge-Rounds finanziert. Zitat Ende Wiederum andererseits, die berührende Wirkung des Songs auf sehr unterschiedliche Menschen zeigt etwa dieses Video, verlinkt innerhalb des Artikels. Und was Anthony etwa hier zu Melting Pot und Diversity sagt, klingt nicht gerade rechts. Ebenfalls verlinkt innerhalb des Artikels ein Video. Ich lebe in einer neuen Welt mit einer alten Seele Der gesamte Text des Liedes findet sich verlinkt innerhalb des Artikels. Er lautet, auf Deutsch mit Dipol übersetzt, Ich habe meine Seele verkauft, arbeite den ganzen Tag, Überstunden für beschissene Bezahlung, damit ich hier draußen sitzen und mein Leben verschwenden kann, nach Hause ziehen und meine Sorgen ertränken. Es ist eine verdammte Schande, was aus der Welt geworden ist, für Leute wie mich und für Leute wie dich. Ich wünschte, ich könnte einfach aufwachen und es wäre nicht wahr, Aber es ist, oh, es ist. Ich lebe in einer neuen Welt mit einer alten Seele. Diese reichen Männer nördlich von Richmond, Gott weiß, sie wollen alle nur die totale Kontrolle. Wollen wissen, was du denkst, wollen wissen, was du tust. Und sie glauben nicht, dass du es weißt, aber ich weiß, dass du es weißt. Denn dein Dollar ist ein Scheiß und wird ohne Ende besteuert, wegen der reichen Männer nördlich von Richmond. Ich wünschte, die Politiker würden sich um Minderjährige kümmern und nicht um Minderjährige auf einer Insel irgendwo. Herr, wir haben Leute auf der Straße, die nichts zu essen haben und die Fettleibigen, die von Sozialhilfe leben. Nun Gott, wenn du 1,80 Meter groß bist und 300 Pfund wiegst, die Steuern sollten nicht für deine Tüten mit Karamellbonbons bezahlt werden. Junge Männer stecken sich sechs Fuß in den Boden, weil dieses verdammte Land sie nur immer wieder runterstößt. Herr, es ist eine verdammte Schande, was aus der Welt geworden ist für Leute wie mich und Leute wie dich. Ich wünschte, ich könnte einfach aufwachen und es wäre nicht wahr. Aber es ist, oh es ist. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.